Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, mein Name ist Daniel, ich bin von Spuentale.de und wir haben wieder eine Rollmaterialproduktvorstellung und ja, ich weiß, es ist schon wieder Kato. Aber ja, wir haben auch andere Sachen, die kommen auch noch, die Videos. Heute geht es um den Kato Allegra, den habe ich jetzt gestern bekommen. Ist jetzt auch nicht das jüngste Modell, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde, es ist auch wieder ein kleines Video wert. So, der Allegra kommt in der Schweiz in seiner natürlichen Umgehung vor und ist dreiteilig und kann aber noch erweitert werden mit Panoramawagen und was weiß ich nicht noch alles. Ich habe auch schon gelesen, man kann sogar ab und zu mal einen Güterwagen hinten dran hängen sehen. Wohl an, wohl an, der langsamste Eilzug der Welt. Glaube ich, war das, war das die Rätrische Bahn? Ich glaube schon. Oder Bernier Express? Weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wie gesagt, zum Vorbild kann ich in der Regel immer nicht so viel sagen, weil mir persönlich das gar nicht so wichtig ist, ob da jetzt jede Niete sitzt, sondern ich möchte ja mit euch über das Modell sprechen, beziehungsweise euch was vom Modell erzählen. Der Allegra, den gibt es als Startpackung, die kommt hoffentlich bald irgendwann und eben einfach nur als Triebzug. Gefertigt wird das Ganze von Kato. Wichtig ist, das ist Spurweite N, aber es ist japanisch N. Das heißt, wir haben nicht 1 zu 160, sondern wir haben da 1, 2 Millimeter drüber. Merkt man aber in der Regel meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das muss aber wieder jeder für sich selbst entscheiden. Da will ich natürlich jetzt niemanden auf die Füße treten. Fahrtechnisch ist der Zug, wie man es von Kato gewöhnt ist, wunderbar. Fährt schön langsam, fährt aber auch schnell. Achso, oh ja, jetzt bleibt er hier natürlich hängen. Habe ich die Brücke nicht ordentlich aufgebaut, ja. Und nachdem das der Wunsch war, mal zu sehen, wie schnell sie fahren, lasse ich ihn jetzt mal ganz kurz auf voller Pulle fahren. Da hört ihr dann schon, da ist ein bisschen Geräusch. Oh nein, das Licht in der Mitte geht nicht. Wieso geht das Licht in der Mitte nicht? Böser Wagen. Aber was für eine Überleitung? Habe ich da überhaupt eins eingebaut? Wollen wir gleich schauen. Was für eine Überleitung machen wir so. Ihr könnt natürlich auch wieder diesen Triebwagen ganz normal mit dem Kato-Standard-Lichtbausteinen umrüsten. Das zeige ich euch kurz, wie es geht. Am Beispiel vom Steuerwagen im Mittelwagen ist das vollkommen unspektakulär. Ihr müsst als allererstes das Gehäuse abziehen. Das funktioniert hier wieder Gott sei Dank relativ leicht. Ihr müsst einfach nur das Gehäuse aufspreizen. Allerdings würde ich euch raten, vorher diese Kupplungs-Pufferbohle heißt das, die Pufferbohle runter zu ziehen. Da, wo die ganzen Schläuche dran hängen. Und da müsst ihr darauf achten, da ist ein kleiner Schlauch. Der ist praktisch die Verbindung von Gehäuse und von dieser Pufferbohle. Den vorsichtig rausnehmen. Und dann könnt ihr das Zeil nach unten einfach abziehen. Als nächstes spreizt ihr das Gehäuse einfach auf und zieht es auch nach oben ab. Wobei hier ist ganz wichtig, dass ihr es nach hinten oben abzieht, weil ihr vorne noch den Lichtleiter für das Stirnlicht habt. Dann habt ihr eure kleine Beleuchtungsplatine. Die kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Und da sind immer diese kleinen Metallteile drin. Die müsst ihr für dieses Modell ein bisschen kürzen. Dann nehmt ihr euch die Beleuchtungsplatine und dann entfernt ihr dieses Plastik drumherum, was da ist. Weil das brauchen wir jetzt in diesem speziellen Fall tatsächlich nicht. Wenn ihr dann die Metallstreifen eingeschoben habt, dann könnt ihr einfach von oben die Platine da rein. Die klipst sich von alleine rein. Und dann geht es nur noch an den eigentlichen Lichtleiter. Auch der hat Sollbruchstellen. Da schaut ihr halt, wie weit das reichen muss. Und dann brecht ihr das einfach ab. Im Zweifel, wenn es tatsächlich leider schief abbricht, dann müsst ihr noch ein bisschen nachfallen, weil ihr braucht wirklich jeden Millimeter. Achtet darauf, der Lichtleiter hat so eine kleine Einkerbung, dass die Einkerbung nach oben zeigt, weil sonst kriegt ihr das Gehäuse nicht mehr drauf. Dann einfach wieder in ungekerberter Reihenfolge zusammenbauen und schon ist es beleuchtet. Schnittstelle hat er keine, aber es ist ohne Probleme eigentlich möglich, ihn zu digitalisieren. Man muss ihn halt relativ weit zerlegen. Ich habe da hier mal beispielhaft euch das gezeigt. Da muss man halt hier aufmachen und da aufmachen und dann noch eine Plastikverschalung wegmachen und noch eine Plastikverschalung und dann kommt man dran und dann hat man es aber eigentlich auch. Die Konstruktion ist an sich nicht so kompliziert, wie manche anderen Hersteller das immer machen. Also da kommt man super mit zurecht und da findet man auch die eine oder andere Anleitung. Das ist auf gar keinen Fall so eine Frickelarbeit, wie hier zum Beispiel bei den Straßenbahnen von Cato. Er fährt langsam, er fährt schnell. Das haben wir schon gesagt. Der Motor ist für Cato-Verhältnisse relativ laut tatsächlich. Aber ich finde, das ist trotzdem nicht so schlimm. Das Modell an sich gefällt mir sehr gut. Der Druck ist wunderbar. Die Details sind wieder wunderbar hervorgearbeitet. Der Druck oben, vor allem die Dachgeschichten, das ist ganz fein. Der ist sehr, sehr randscharf, gedruckt alles. Wir haben vorbildgerecht einen Schweizer Lichtwechsel, das heißt in Fahrtrichtung Dreispitzenlicht. Und hinten ist dann nur ein weißes Schlusslicht. Der kleine Wermutstropfen bei diesem Modell sind zwei Wermutstropfen eigentlich. Wir haben wieder die Pantographen aus Plastik. Ich weiß, das mögen sehr viele Menschen nicht. Ich finde jetzt, dass das bei dem Modell sogar noch mal deutlich besser getroffen ist, als jetzt bei den Straßenbahnen. Also die bewegen sich ja auch wunderbar. Also die haben wirklich, wenn man es, wenn man es, ja doch man es sieht schon, wenn man es weiß. Ja so, jetzt mache ich es natürlich genau hier hinten, wo keiner mehr sieht, was ich gerade gemacht habe. So, also sie sind natürlich auch beweglich und man kann sich auch auf jeder x-beliebigen Position arretieren. Der zweite Wermutstropfen, der wiegt meiner Meinung nach ein bisschen schwerer. Dadurch, dass das ja für ein sehr kompaktes Anlagendesign auch gebracht ist. Da wird Konzeptbahnen vielleicht auch noch was bringen. Ist der Kuppelabstand verhältnismäßig groß? Ich zeige euch da jetzt mal ein Foto. Den kriegt ihr auch nicht mehr wirklich kleiner. Es liegen zwar noch mal Kupplungsköpfe bei, die dienen aber eigentlich eher dazu, dass ihr halt mit dem, dass ihr vorne das austauschen könnt, dass ihr zum Beispiel Doppeltraktion oder dass ihr noch was anderes dranhängen könnt. Es liegen noch längere Kupplungsköpfe bei, falls ihr wirklich noch engere Radien habt. Warum das eben so ist, dieser weitere Abstand und warum keine Nem-Kurzkupplung drin ist. Also erstmal, das Ding kommt aus Japan und Nem-Norm europäischer Modellbahnen. Deswegen haben die Japaner keine Nem-Schächte, weil die sind keine Europäer. Und Kato macht das nicht. Also manchmal macht das natürlich schon. Und die Anlagen in Japan sind ja alle sehr, sehr, sehr kompakt. Also das ist ja wirklich, man baut es schnell mal auf. Das muss was aushalten. Das hält auch ordentlich was aus. Und das ist aber dann halt klein und verschlungen. Das ist ja eher wirklich so spielen. Das ist nicht dieses Modellbauen, was wir hier machen. Natürlich gibt es das da auch. Man muss ja auch immer dazu sagen, man muss ja immer alles sagen, weil wenn man eine Sache nie sagt. Ja, und deswegen ist das so gemacht, dass man eben auch die kleinsten Radien fahren kann. Ich kann auch hier mit dem Allegra tatsächlich auf dem kleinen Radius der Straßenbahn fahren. Ansonsten finde ich, gibt es eigentlich schon wieder mal nichts dazu zu sagen. Ich versuche hier die Videos jetzt mal kurz zu halten. Vielleicht muss ich ja ein bisschen schneller sprechen. Wenn euch das Modell gefällt und wenn ich herausgefunden habe, warum im Mittelwagen kein Licht brennt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Modell bei mir im Shop kauft und nicht nur die Videos bei mir anschaut. Ihr kennt diese ganze Geschichte ja. Ich habe euch den Artikel natürlich auch verlinkt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.